So, willkommen zurück. Jetzt muss ich mal noch umstellen. Sorry, dass das gerade da aufgesprungen kommt. Die Controls, die könnt ihr euch gerade nochmal angucken. Weil jedes Mal, wenn ich F1 drücke, was auch meine Aufnahmetaste ist, dann erscheint dieses Dingens. Let's say it's construction side west. Ich habe gerade nochmal mein Mikro richtig biegen. So, Westen ist ja da. Wir sind immer noch an der einselben Stelle hier bei Slender's Woods, dass wir hier irgendwie nicht weiterkommen. Gehen wir jetzt einfach mal nach Westen. Ich will hier irgendwas finden, Schlüssel oder irgendwas, womit ich das eine Teil kaputt machen kann. Also auf gut Deutsch will ich einfach mal weiterkommen. Und ich muss das Spiel schon mal loben. In Slender mit einer richtig, bis jetzt muss ich sagen, vorhandenen Story. Äh, die ich auch bis jetzt nicht schlecht finde. Was? Construction Zone. Okay. Hier müssten wir dann ja irgendwo richtig sein, oder? Kann ich nicht aufheben. Gibt's ja sonst was Brauchbares? Was besuchen wir denn in Schubkarren? Ach, ich bin drin. Okay. It's light here. No need to waste my Flashlights. Und hab ich nicht gelesen bekommen. Ich hoffe, der kommt ja nicht rein. Kann ich irgendwas machen? Ah, da ist wieder was. Ich habe almost lost all hope. Ich bin hier in diesem Story für jemanden zu finden. Just zu lassen jemanden wissen, die Wahrheit. Behind was passiert. Mein Name ist Cody Ferrier. Ich bin in diese woods. Und ich bin wunderschön. Es ist die Mitte der Nacht. Und die Batterie in meine Flashlight sind los. Ich kann nicht mehr sehen, wo ich bin. Aber diese sind die einzige Probleme. Ich habe. Da ist etwas falsch mit dem Darken Forest. Das ist nicht so. Ich fühle mich. Ich fühle mich etwas Lurken in der Nacht. Behind den Trennen. Warten für mich. Thank God, I found this little place where I can rest. Can't hide here forever, so I'm gonna go now. I've seen an entrance to the underground tunnels nearby. Maybe the tunnels will lead me to an exit. An exit? Ja, ich frage mich eigentlich eh wie wir hier hergekommen sind. Uh, ah ok, was ist denn das hier? Found the underground tunnels key, was ist denn das ist? Das sieht doch aus wie eine Rohrstange. Ach, Rohrstange, so ein Ding ist das. Leute, damit kann ich hauen, man. Wieso kann ich das nicht mitnehmen? God, fuck it. Könnt ich den Slender mehr noch damit prügeln? Ah, was sonst. Gehen wir nochmal raus. Underground, nearby. Das heißt, das muss hier irgendwo sein, oder? Ja. Gehen wir mal einfach weiter Richtung Westen und schauen uns hier um. Tunnels, Tunnels, Tunnels. Das ist so dunkel, ey. Da sehe ich erst dann was, wenn ich direkt davor stehe. Ist doch schlimm. Oh, ne, ah! Da ist er, da ist er. Shit, 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 shit. Shit fuck. Shit fuck, fuck shit. Ah, ja, 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 ja. Hau ab, Junge. Geh weg. Geh mal einen anderen nerven. Nicht mich. Ich hab jetzt endlich einen Schlüssel gefunden und den würde ich auch gerne mal behalten. Kann man eigentlich... Nein, man kann nicht den Proptures so unterwegs safen. Das geht schon mal nicht. Das heißt, wir brauchen irgendwie eine Art Speicherstation oder so irgendwas in der Art. Ich würd gern mal wieder zu dem Ding finden, wo ich vorher war, weil wir müssen ja irgendwo diese komischen Tunnelsysteme sein, oder? Die Flashlight macht einfach so wenig Licht irgendwie. Ist ja furchtbar. Ah, ja. Ah, ja. Ah, guck mal da. Guck mal einer an. Ach du Scheiße. Wo bin ich denn hier, bitte? Nö, oder... You're kidding. Da unten muss ich bestimmt wieder face-checken. Progress saved. Ja, alter. Schau dir das nochmal an hier. Oh Gott, nee, oder? Come on. You must be fucking kidding me. Can't be true. Habt ihr das gehört? Oh Gott. Oh Gott, 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 oh Gott. Ah. Ich hab gerade ein Bimmelbammel. Was ist denn das hier? Okay, da kommen wir so noch nicht rein anscheinend. Okay. Diese ganzen Kackgeräusche, ey. Und da sind wir doch gekommen, oder? Oh Gott, ist das gerade scary hier. I need to find a switch to open this. A switch, what is a switch? In meinem ganzen Schule-English weiss ich jetzt nicht, was switch ist. Okay. Exit, von da komme ich her. Sag mal, was, 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 wo, wo müssen wir jetzt hier hin? Wir sind jetzt im Underground und ich muss es schaffen, irgendwie da hinten die Türen aufzubekommen. Kann das sein? Something has opened. Hoffentlich nichts Schlechtes. Das war's schon mal nicht. Oh Leute, ich bin gerade so nervös. Oh man, oh man, oh man, oh man. Ah, 225, okay. Okay, kann ich hier sonst noch irgendwas machen? Nein, okay. Dann gehen wir wieder zurück. 2-2-5, ne? Ja, so irgendwie war das. Also es scheint bisher so, als wäre das Ländermann hier unten nicht. Das finde ich gut. Ich hoffe, das bleibt doch so. Was war das jetzt? Oh Gott, ich habe schon gedacht, da steht einer. Ah, nee, von da bin ich ja gekommen, okay. Okay, 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 okay. Ganz ruhig, schreib, alles wird gut, was ist das hier? Nein! Nein, ich bin so sehr. Oh Gott, aber mit strange, deformed hands. Ich habe nicht bewegt, wenn ich es nicht gesehen habe. Aber es hat sich nicht so schnell zu kommen. Nach dem, ich habe einen kleinen Händen. Ist das die Sache, die mich in die Föße genommen hat? Was ist das hier? Ich fühle mich, dass ich mich nicht mehr verstanden habe. Ich fühle mich, dass ich mich nicht mehr verstanden habe. Ich fühle mich, dass ich einen Menschen in diesem Bereich habe. Maybe I can find someone in there, or the working phone at least, I don't feel safe anymore. Das heißt, ab sofort bin ich auch in Gefahr. Herzlichen vielen Dank auch. Was will swallow your soul? Okay. Run like hell, Hype. Run like hell. Oh boy, oh boy, oh boy, oh boy, oh boy, oh boy, oh boy. Ich hab so'n Schiss gerade. Rennen, Hype. Rennen. Nein, das war liefste Oskar. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ganz schlecht, ganz schlecht, ganz schlecht, ganz schlecht, ganz schlecht. Ach Gott sei Dank, er ist nicht da, er ist nicht da. AAAAAH Gotti 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 Hilfe hab ich ein Schiss. Holy fucking, holy fucking alter. Ich müsste wieder an den Rand, an den Rand kommen, dann find ich ja wieder mein Haus. Und ich glaub beim nächsten Probe Press-Saved, mach ich erstmal ne kleine Pause, weil at the moment fühl ich mich auch ein bisschen sick. Alter shit, ah das grad, ah. Der Bastard spawnt direkt vor mir erst. Es war grad gar nicht gut. Oh, ich hab grad noch einen Puls von 100 was weiß ich was. So war 9000 ey, ah. Fuck you Slenderman, fuck you ey. Ah, meine Hände schwitzen ey, ach Gott hab ich Angst grade. Na gut was heißt Angst. Mir geht's im Moment einfach nicht grade, äh, richtig richtig gut, sagen wir so. Ich steh noch ein bissel unter Schock grad, weil einfach, boah, haha. Ich glaub so der bin ich schon lang nicht mal erschrocken bei Slender. Der Schock steckt mir einfach immer noch derb in den Knochen drin ey, es geht grad gar nicht. Holy shit ey. Äh, äh. Ich brauch, ich brauch doch mal wieder was zu trinken. Gut, das hier ist das erste Slender, wo sowas wie ne Pause-Taste gibt. Die könnte ich ja auch nutzen, um mich ein bisschen zu entspannen, aber ich möchte im Moment einfach nur in das Haus. Ich glaub da bin ich sicher. Hoffe ich mal. Ich bete. Oh bitte, lass mich doch bald mal das Haus finden, ey. Und bitte keinen Slenderman. Bitte. Ich muss mich erstmal nochmal erholen. Tief durchatmen, halb. Alles wird gut. Aber bisher find ich das Spiel eigentlich echt genial, ne? So die Story und alles. Ich frag mich, was mit dem anderen Kerl ist, der hier noch rumrennen soll. Wird der mir helfen? Helfen? Oder wird der es nicht? Oh na, ach Gott. Awelle bin ich ja gerade erschrocken, ey. Gott weiß warum. Ich will hier nämlich nicht rein. Also ich geh jetzt erstmal gucken, ob das an dem Haus, ob das an meinem Haus der Schlüssel ist. Oder warte mal. Vielleicht war das auch... Oh ne, 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 da ist der Slenderman. Fuck, das hat mich jetzt verkackt, ey. Ich hab Angst, dass der mich jetzt ordentlich durchnimmt, wenn ich jetzt da wieder hingehe. Ich hab Angst. Ich glaube, bis ich in meinem Haus bin, das dauert noch ein paar Stunden. Obwohl, das müsste eigentlich jetzt gleich mal kommen. Rein theoretisch, oder? Weil ich habe echt das Gefühl, das war für das komische Anwesen dort drin. Ich glaube, in meinem Haus komme ich nicht mal rein. Kacke, dass jetzt das Lennermann gerade da war. Ich habe gerade ein bisschen zu viel Bammel, da hinzugehen. Aber ich finde, so am Rand kann man sich am besten orientieren. Ja, da haben wir das Haus. Bitte, steht er jetzt nicht? Nein, da komme ich natürlich nicht rein. Oh nein. Wir gehen jetzt einfach mal Gratos durch den Wald. Und hoffen, dass wir nicht den Slenderman, sondern das scheiß Anwesen wiederfinden. Weil ich sehe einfach immer weniger. Die Batterie wird immer schwächer, habe ich so das Gefühl. Da ist wieder der Zaun. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Nephew-Menschen, da lang ist okay. Also jetzt einfach ohne. Nö, 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 nö. Ganz ruhig, Scheib. Wir gehen jetzt wieder den Zaun entlang. Weil anders habe ich Angst, dass wir den jetzt gerade voll wieder in die Arme rennen. Außerdem scheinen wir eventuell, kann das sein, auf dem richtigen Weg zu sein. Wenn wir jetzt am Zaun bleiben, sollten wir ja eigentlich das Teil finden, oder? Sollten. Früher oder später. Mein Ziel ist jetzt einfach nur noch das Teil zu finden und zu hoffen, dass da der Progress wieder gesaved wird. Weil ich dann erstmal einen Cut mache, damit ich meine Nerven wieder beruhigen kann. Mich irgendwie ablenken, keine Ahnung. Und was anderes machen. Kein Slender. Okay, nein. Oh nein, 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 nein. Da war er, da war er, da war er, da war er. Okay. Okay. Wir sind in die falsche Richtung gegangen vom Zaun aus. Gehen wir halt jetzt so. Wieder zurück, Marsch, Marsch. Und dann müssten wir dann das Ding ja bald finden, oder? Ist für euch wahrscheinlich gerade ein bisschen langweilig, aber ich hab Angst, dass wenn ich jetzt einfach so quer über die Karte gehe, dass ich dann, ähm, die Menschen nicht finde. Also, so gut wie nicht finde. Was rede ich eigentlich? Eigentlich will ich gar keine Menschen finden. Ich würde gerne... Ah ja, okay, okay. Nein, 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 nein. Ich hänge, ich hänge, ich hänge. Oh! Gott, was bin ich dir dankbar. Also, wie gesagt, ich mach hier einen kleinen Cut. Äh, macht's gut. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Cylinders Woods. Also dann, tschau sehen.